Hallo, herzlich willkommen! Hallo, herzlich willkommen bei musikmachen.de. Ich bin Marvin und ich zeige euch heute den ADL700 von Presonus, einen Channelstrip mit einer Röhrenvorstufe, einem Kompressor und einem EQ und wie das Ding im Einzelnen funktioniert und was das so für Features hat, zeige ich euch jetzt. Dann einmal die einzelnen Features im Überblick. Ich fange links an bei der Röhrenvorstufe, bei der ich wählen kann, entweder zwischen Instrument oder Line-In auf der Vorderseite oder Mikrofoneingang auf der Hinterseite, wobei ich beim Mikrofoneingang noch die Wahlmöglichkeit habe. Bei der Impedanz, also bei der Eingangsimpedanz, ist nicht immer sinnvoll, aber bei manchen Mikrofonen lohnt es sich. Darüber habe ich meinen Highpass-Filter, das heißt in dem Linksanschlag ist er aus und dann kann ich den bis zu 200 Hertz hochschrauben, stufenlos, sehr praktisch. Daneben mein Gain, der geht von 30 bis 65 dB in 5 dB Schritten und darüber eine stufenlose minus 10 bis plus 10 dB Blende, sehr sehr praktisch, Polarity, Phantomspeisung, Einpad und so weiter. Rechts daneben angesiedelt ist der Fettkompressor, der jetzt nicht besonders hart eingreift. Die Ratio geht hoch bis 4 zu 1, also für irgendwelche total krassen chirurgischen Eingriffe eignet sich das nicht. Aber man kann, ich schalte den einfach mal an, zum Beispiel so ein Bass-Signal damit schon relativ gut komprimieren. Oder es eignet sich, um ein Signal von der Stimme über den Mic ein bisschen anzudicken. Also man kann hier eigentlich so ganz leichte Kompressionseingriffe vornehmen und das klingt auf jeden Fall immer sehr, sehr schön. Dann habe ich rechts daneben meinen VU-Meter und weiter rechts meine EQing-Sektion, wobei es hier so ist, dass ich den EQ vor oder hinter den Kompressor schalten kann. Das ist sehr praktisch. Ich kann den Low-Filter und den High-Filter entweder als Shelving oder als Peak-Filter betreiben. Und die Frequenzbereiche der einzelnen Filter, also ich habe zweimal parametrische Mitten und die Frequenzbereiche sind hier sehr großzügig überlappend. Der Low-Filter beispielsweise geht hoch bis 250 Hertz und der untere Mittenfilter fängt bei 160 Hertz an. Das heißt, ich kann hier schon auf jeden Fall den Sound sehr, sehr schön verschönern. Dann rechts auf der Seite habe ich meinen stufenlosen Output-Poti, An- und Ausschalter und das war es eigentlich soweit zu den Grundfeatures. Mit dem Mikrofon aufgebaut und singe da jetzt einfach ein bisschen rein und zeige euch so ein bisschen die Soundmöglichkeiten. Angefangen bei dem Trittschallfilter, also bei meinem High-Pass ganz unten. Wenn ich den quasi, also ich rede jetzt mal ein bisschen tiefer und drehe den dazu auf 200 Hertz und da hört man wunderschön, wie die tiefen Frequenzen da rausgefiltert werden. Und jetzt kommen sie wieder zurück. Dann gibt es den Kompressor, den mache ich jetzt mal an und stelle den ein bisschen härter ein. Und wenn ich da jetzt rein singe, Sky high, wings to the sky I fly, to the night time over top skylines. Vielleicht nicht ganz so heftig. Sky high, wings to the sky I fly, in the night time over top skylines. Hop on the course, bionic force, wings to the sky I fly. Ein bisschen längerer Attack, ein bisschen längerer Release. Sky high, wings to the sky I fly, in the night time over top skylines. Also man hört, der Kompressor greift, aber nicht zu heftig, klingt super schön, ist ein sehr schöner Fettkompressor. Jetzt mache ich den mal gerade wieder aus und zeige euch ein bisschen noch die EQing-Sektion an. Und ich schalte den EQ jetzt quasi vor den Kompressor. Die Höhen ein bisschen. Sky high, wings to the sky I fly, to the night time over top skylines. Hop on the course, bionic force, wings to the sky I fly, sky high. Jetzt habe ich so ungefähr 8 dB bei 8K dazugedreht, so ein bisschen Brillanz. Untenrum dicke ich das jetzt auch noch ein bisschen an. Sky high, wings to the sky I fly, in the night time over top skylines. Kann man echt sehr, sehr viel mitmachen. Und die parametrischen Mitten kann ich euch auch noch gerade zeigen. Dann mache ich die oben und unten gerade wieder aus. Sky high, wings to the sky I fly, untere Mitten. In the night time over top skylines. Hop on the course, bionic force. Wobei wir jetzt hier in den Bereich kommen, wo die beiden wieder überlappen. Also ich bin jetzt bei 1,2K. Und wenn ich den nächsten, also die hohen Mitten ebenfalls nehme, dann kann ich das quasi einfach wieder rausziehen. Also hier kann man mit diesen überlappenden Frequenzbereichen echt relativ krasse Sounderlebnisse basteln. Ich finde der EQ, Moment, jetzt muss ich das wieder, so. Ich finde der EQ klingt wirklich sehr, sehr schön. Der Kompressor klingt auch sehr, sehr schön. Die beiden geben ein ganz, ganz harmonisches Zusammenspiel ab. Die Röhrenvorstufe hat auch einen sehr, sehr schönen Sound, sowohl irgendwie für Mikrofone als auch für Instrumente. Wobei man ebenfalls daran gedacht hat, einen Kompressor-Link einzubauen. Das heißt, ich könnte sogar einen zweiten davon kaufen und quasi zwei Kompressoren stereo linken für einen noch schöneren Kompressor-Sound. Der ADL 700 von Presonus kostet auf der Straße ungefähr 1900 Euro und dafür kriegt man hier wirklich wahnsinnig viel geboten. Ganz tolle Röhrenvorstufe mit. Das haben echt nicht viele. Quasi dieser wählbaren Eingangsimpedanz. Einen ganz tollen Fettkompressor. Eine wunderschöne EQing-Sektion. Weitere Features zu dem Gerät gibt es natürlich wie immer auf unserer Seite. Checkt es einfach mal aus. Und es lohnt sich, das Teil auf jeden Fall mal zu testen. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Wir sehen uns das nächste Mal auf Musik machen.